Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Ab sofort werden auf diesem Kanal täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Der Überschwang von gestern lässt nach, wenn Sie feststellen, dass ein Plan, den Sie für unbesiegbar hielten, Schwachstellen aufweist. Das ist kein Grund, das Handtuch zu werfen. Nehmen Sie Änderungen vor, aber geben Sie nicht ganz auf. Es steht zu viel auf dem Spiel. Gesundheit Der heutige Planetentransit schafft nicht die einfachsten Zeiten und zufälligerweise beeinflusst er sie ganz besonders. Achten Sie besonders auf Ihren inneren Kritiker. Während dieses Transits setzen Sie sich wahrscheinlich selbst unter enormen Druck, alle Details richtig hinzubekommen, und wenn Sie das nicht tun, könnten Sie die Konsequenzen tragen. Denken Sie stattdessen an das große Ganze und achten Sie vor allem auf Ihre Gesundheit, körperliche und emotionale Gesundheit. Nehmen Sie sich Zeit für Sport. Liebe Liebe, Romantik und Beziehungen wären nicht dasselbe, wenn Sie leicht zu verstehen wären. Gerade weil Sie so verwirrend sein können, sind Sie das Thema von endlosen Liedern, Romanen, Theaterstücken und Kunst. Mit der heutigen himmlischen Energie erkennen Sie endlich etwas an Ihrer Beziehung, das Ihnen bisher entgangen ist. Die Wahrheit wird Ihnen ein Gefühl der Befreiung geben und Sie auf eine tiefere Ebene führen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!